Moin Moin und herzlich Willkommen zu 7 days to die, man sieht es hier schon an den Bienen, der Faustus ist auch dabei. Jawoll. Und der Schacki auch, der ist ja in der letzten Folge, hat er ja gesagt, er ist woanders. Jetzt kommt irgendwie die Horde schon, keine Ahnung warum, viel früher. Ich bin aber auf dem Weg nach Hause. Oh, viel zu früh. Weil ich hab ja auch nie zu essen. Ja, früh dran ist sie auf jeden Fall, ey, warum auch immer, keine Ahnung, was das genau soll. Ob das wirklich die Horde ist? Rein theoretisch muss sie das. Ah, da kommt ein Hund, aber das sind jetzt nicht so viele, oder? Ja, da kommen ja Wellen, ne? Aber ich seh hier schon Feral, das ist sie definitiv. Ich bin mal gespannt, wie dir der Schacki hochkommen will. Dann? Ja, du müsstest dich hochbauen, Schacki. Ja, ich komm schon irgendwie. Also, dass du von der anderen Seite dich mit Frames fix hochbaust. Ich glaub anders würde es nicht funktionieren. Brauch ich ja auch erstmal noch ein bisschen Holz, ne? Ja. Ja. Deswegen sag ich's. Dass du schon mal schauen kannst. Wir haben jetzt 8 Uhr, hey. Ja, krass, ne? Ja. Also, erst mal wieder ein paar Tote. Von dir? Nee, du kannst ja von der, die sind ja hier hinten, ähm, an der Treppe sind die. Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt von der anderen Seite, vom anderen Hauseingang reinkommst, dann müsste das funktionieren. Also, fix mit Frames hoch. Ja. Du dürftest ja nicht sofort entdeckt werden, weil wir beschäftigen die ja hier. Ich brauch aber erstmal ein bisschen Holz. Der Ping sieht eigentlich okay aus. Bei mir ist 20 Uhr 31. Ja, passt. Okay. Wie viel? 20 Uhr 37. Ja, okay. Bei mir auch. Hab ich eben verstanden. 21 Uhr 30. Das wär doof. Ja, das Rätsel, Lösung ist es im Zweifel ja auch durch, äh, zwischendurch, dass man sich kurz ausloggt und wieder einloggt. Dann hat man auch wieder, äh, die richtige Zeit. Ähm. Naja. Ist das unter mir, ist ein Parall, ne? Oha, warte mal. Ich hab hier grad nen Bullen, der auf mich ballert. Wir halten aber ganz gut was aus, ne? Parall hält richtig was aus. Hab schon paar mal nen Kopf geballert jetzt, ey. Ja, also Kopf musst du häufig raufballern. Beim Parall. Weil ich bin auch... Die kann man sich... Eigentlich sogar ein bisschen aufbewahren, die Parall-Zombies. Die bleiben nämlich immer schön in der Nähe. Und haben extrem guten Loot. Okay. Ja, die hat... Die haben richtig gut Loot. Ja. Deswegen, also... Und eigentlich Bullen auch, aber die nerven natürlich zwischendurch, deswegen... Macht's natürlich Sinn, die Feuer zu töten. Ja. Äh, mal... Faustus, du stehst noch hinten neben mir, ne? Ja, ja. Wir machen mal einen kurzen Check. Äh, bisschen weiter entfernt noch. Hinter den Bullen ist ein Feuer-Typ, ne? Der geht da auch bei dir lang, ne? Ja. Sehr gut. Also der ist noch nicht hier. Nee, nee. Genau. Der ist aber gleich hier. Genau. Alles klar. Perfekt. Dass wir da hier auf jeden Fall auch denselben... Stand wirklich haben. Und nicht nur denken. Der dicke latscht aber auch so über die Spikes rüber, oder? Ja. Sind halt... Ist zweite Stufe, ne? Obwohl, da an der Seite, die sind ja ein bisschen besser. Was? Die Bienen, aber auch keine Anstalten machen runter zu kommen, ne? Bienen? Ach, da oben ist eine, ja. Wie sieht's aus bei dir, Chucky? Alles roger? Ich bin vorne am Eingang. Komm hoch! Ja, ich muss erst mal... äh... Crap, wa? Shit. 22 Uhr. Jetzt geht's los. Jetzt wird's noch mal ein bisschen spannender, ja. Das händeln sie gleich. Ich halt mich mal mit meinem Witz entfernen. Joa, und so ein Stacker, ne? Wenn ich ein paar Wood-Frames hab. Also, bis 22 Uhr hättest du ja quasi Zeit gehabt. In Spannung. Jetzt ist es natürlich stressig. Weiß nicht, haben dich schon welche entdeckt? Nö. Ne, ne. Bin oben. Sehr gut. Du nimmst die Frames aber wieder weg, ne? Halt. Da kommt keiner hoch. Bei den Frames. Postos, was meinst du? Sollte da jetzt mal einer beobachten? Wen wir zu beobachten? Ob da wirklich keiner hochkommt? Bei den Frames, die er gesetzt hat? Ich bin... Nicht, dass er uns ne Falle stellt. Nein. Da kommt keiner hoch. Keiner. Keiner. Aber stehen die hier bei dir links auch alle so ein bisschen auf dem Haufen? Links? Hier? Wo? Hier an der linken Hausecke? Wo grad der Bulle explodiert ist? Ja, sowas. Ah, ja. Ja, okay. Wer hat denn hier ne Schuss verfallen? Ich? Echt? Hast du denn... Ja, dann... Warte mal bis morgens, bitte. Wenn wir denn noch Hunde haben, wäre es ganz schön, wenn wir... Okay. Ich höre schon. So spät. Ja. Hallo. Muni leer, ja. Mach schade. Hunde kriegen wir auch so. Ja, ja. Das sagt er. Der Spezi! Ja, auf jeden Fall. Einfach ist ja langweilig. Ah, so. Und drauf an. Man könnte ja auch die Schwierigkeitsstufe einfach höher stellen. Mein Gott, der Dicke. Ähm, komm mal kurz hierher zu mir. Dann können die nochmal so ein bisschen über die Spikes rüber laufen. Und sind nicht immer an derselben Stelle da hinten. Ah, mein Bogen ist hin. Repair. Ja. Oh, ich glaube jetzt rechnet der Rechner gerade ordentlich. Wow. Okay. Ein paar Zombies. Da. Oh, ja, ja. Da ist der Tod, der so nach oben guckt. Oh, ja, ja. Ihr habt ext... extreme... lex... äh... ping gerade. So, die Befürchtung, dass nicht jeder Schuss gerade bei euch, äh, da landet, wo er landen muss. Wegen dem Ping. Von 1000. Naja, ist nicht so gut, ne. Naja. Da, Biene. Ich höre Biene. Wie Flur hast du? Halb elf? Nee, 24 Uhr. Okay. Dann lockt euch mal kurz aus und wieder ein. Na, dann kriegt mein Aufnahmenprogramm ab. Ernsthaft? Hast du... Jaja, muss... Das ist normal im Aufnahmenprogramm, wenn ich... Nö. Bei mir nicht. Du sollst das Spiel ja nicht schließen, du sollst ja nur vom Server runter und direkt wieder drauf. Richtig. Du landest ja im Serverbrowser dann, wenn du da... Ja, ich guck mal. Ja, ich mach's mal. Aber das wäre schlecht vom Aufnahmeprogramm auch. Das kenne ich so, aber auch nicht. So, jetzt haben wir halb eins. Kurz vor halb eins. Jo. Vorsicht, Biene. Jetzt ist da unten noch viel mehr los als eben. Mhm. Ja, das ist leider, wenn so... Natürlich so viel gerechnet wird. So viele Zombies kommen. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nochmal passieren. Zu meiner Vermutung. Äh, geht mal kurz in der anderen Ecke, bitte. Weil sonst hauen die uns da an der Ecke, äh, die... das Haus ein. Und... Oh. Ich hab grad Kotze abgekriegt. Achso, deswegen. Bin wieder da. Äh, weil so können die auch nochmal über die Spikes schön rüber laufen. Weißt du? Als wenn die jetzt die ganze... Oh, hier eine Biene. Siehst du die? Ah, ne, die... Ja, ja. Ne. Man, die fliegt ein bisschen komisch gerade. Schon aber nicht. Ne, ne. Ist doch nicht. Ich dachte, die wäre dir... sah jetzt so aus, als wenn sie dir folgt. Wir haben jetzt 1 Uhr, ne? Ja, 1.11 Uhr. Ich seh den Chucky. Ich seh den Bogen vom Chucky, aber ich seh den Chucky nicht. Also bei mir ist jetzt 1.17 Uhr. Ja, bei mir 0.55 Uhr. Ja, hab ich auch. 0.51 Uhr. Ja. Äh, ja. Da ist glaub ich einer gestorben. Also ich hab eben schon jemand sterben sehen. Zeit geht bei mir auch gerade nicht weiter. Ja. Okay. Ja, schwierig, ne? Ja. Also wir hatten es ja in der... Ja, das ist echt dicker. Ja, in der letzten Folge hatten wir es ja schon angekündigt. Ähm, dass das ja eh über den Hordenangriffen keinen Sinn macht. Ne. Aber so krass, äh, hatten wir es noch nicht gehabt. Ja gut. Ja gut. Beim letzten Mal war es ja auch sehr fehl, ne? Wo wir es, äh, nicht... ...so beobachtet hatten mit den Zeiten und so. Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, da kann es ja auch schon so heftig gewesen sein. Ich brauche auch gerade richtig lange zu knicken. Ja. Ja. Ach, hier liegt ein Rucksack. Ja, das mein. Ups. Komm auch nicht an meinen Rucksack ran. Der liegt ja hier oben. Ja, ja. Komm nicht ran. Was heißt... Was heißt denn, kommt nicht ran? Der ist unten irgendwo. Hey. Ne Biene hatte ich getötet. Ja. 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 Okay, ähm. Zeig. Ich würde sagen, macht mittelmäßig Sinn. Ähm. Wir können ja nochmal so ein bisschen Ankündigungen machen. Ähm. Wir hatten ja, wie gesagt, in der letzten Folge gesagt, wir werden auf den Server wechseln. Da werden wir die Probleme nicht mehr haben. Ähm. Und sie dürfte hier... Ja, die pingen. Über 40.000. Das macht gar keinen Sinn. Ähm. Ich hab hier noch entspannte 560. Bei mir zeigt er 51.000 an bei Faustus. Ja. Also auf dem Server wechseln macht Sinn. Das machen wir mit der Alpha 13. Ähm. Die Alpha 12 war zum Üben. Und... Ja. Was anderes, glaube ich, macht fast keinen Sinn, ne? Ja. Wie spät hast du es jetzt? 2.50 Uhr. Ah, ich hab schon wieder nur 2 Uhr. Ähm. Ich auch. 1.59 Uhr. Ja. Und so macht es auch keinen Sinn, ne? Also... Ihr trefft ja nichts. Quasi, weil das... Weil der Gegner ja eigentlich schon woanders steht. Ähm. Also ich hab jetzt hier Totenstille. Ist alles weg. Alles weg. Ja, ne. Bei Diogonchi lebt noch alles, oder was? Ja. Ist hier noch Party für dich? Ja. Okay. Ich hab hier gar nichts. Äh. Sogar insofern Party, dass ich hier auch noch runterfall. Ähm. Ja, bei mir ist hier auch noch Party. Du stehst grad unten mit Rucksack. Aber... Bringt ja nichts. Ja. Nein. Also wie gesagt... Ähm. Drück eh wie blöd, aber treff... äh... Krieg meinen Rucksack nicht auf. Ich werd hier zum Ende der, äh... Eifer 12 nochmal sterben. Und zwar... Dadurch, dass ich hier runtergeplumpst bin, glaub ich. Probier nochmal hochzulaufen. Bist du unten, Gonchi? Ja, ich bin runtergefallen. Du stehst vor mir und haust die Biene, die da oben in der Luft hängt. Und hol die Toten. Dann gibst du grad einen Bogen in die Hand, guckst nach oben. Du bist hier bei uns oben. Krass. Ja, das ist schon... Das ist schon länger her, ja. Die Zähne. Ja, gut. Hat das keinen Sinn. Nein, das... Mach... Nö. Nein. Also... Alpha 13 sehen wir uns wieder. Dann auf den richtigen Server. Ähm. Dann auch nicht mit so nem Problem. Und ich würd jetzt einfach auch mal sagen, ähm... Was jetzt mit der Alpha 13 das Update meinetwegen noch drei Wochen dauert. Dann wird halt so lange pausiert, oder? Ja. Ja, okay. So lange werden wir Pause machen. Also es muss Sinn machen, dass wir hier zusammenspielen. Ähm. Und ich sterbe nicht. So macht's keinen Sinn. Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, wir haben ja viel geübt. Ja. Es wird auch schon wieder Tag bei mir. Ihr habt einen Ping von schlappen 130.000. Kann man mal machen. Ja. Ich krieg grad Schaden. Ich weiß noch nicht von was. Ich hab hier gar nix. 20.000 hab ich. Ist vier Uhr zehn. Nur mal so. Ja. Ich hab noch kurz noch zwei. Ja. Okay. Scheiße. Ähm. Ja. Oft genug gesagt, äh... So macht's keinen Sinn. Bei mir ist Tag, bei euch ist Nacht. Ähm. Das ist das Host-Problem, wenn man mehrere Horden hat. Hätte ich mir anders gewünscht. Hätte ich mir auch anders gedacht. Äh. Wenn man Host ist. Aber klar, ne. Das verbraucht ja extrem viel. Ähm. Kauft ja gescheit den Rechner. Genau. Am Rechner wird's liegen. Das würde ich sehen, bei dem es läuft. Ähm. Singleplayer geht noch weiter. Ähm. Da läuft's ja ganz gut. Alleine. Und, ja. Wir sehen uns in der Alpha 13 wieder, würde ich sagen. Jo. Bis dann. Auf jeden Fall. Tschüss. Macht's gut. Tschö, tschö.